Hallo, ich freue mich, dass du dich für das Nike Challenger Moving Target Laufschild interessierst. Nutzen kannst du es am besten für deine Läufe an warmen Tagen im Frühling oder im Sommer. Aber auch für das Workout im Fitnessstudio eignet es sich hervorragend. Richtig klasse finde ich, dass Nike hier auch an die Umwelt gedacht hat. Denn der funktionelle Materialmix besteht zu mindestens 50% aus recyceltem Polyester. Die Funktionalität leidet darunter aber überhaupt nicht. Feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv sorgt die leichte Dry-Fit-Faser dafür, dass du dich auch bei Anstrengung in deiner Haut richtig wohlfühlst. Ein Plus ist für mich auch die verlängerte Rückenpartie. Gerade bei schnellen Läufen und da speziell bei Richtungswechseln hilft sie, die perfekte Passform zu halten. Optik ist ja immer Geschmackssache. Aber Farbgestaltung und Design bilden hier aus meiner Sicht einen richtig gelungenen Mix. Modisch, sportlich und zeitlos bekommst du mit dem Nike Challenger Moving Target ein Laufshirt für mehrere Laufjahre. Hol es dir am besten in einer unserer Runners Point Filialen oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.